Ein PR-Experte hat Meghan Markle vorgeschlagen, sich auf die Rückkehr zu ihren Wurzeln zu konzentrieren, wenn sie versucht, ihren Relaunch in Großbritannien voranzutreiben. Meghan Markle wurde geraten, sich auf ein Schlüsselthema zu konzentrieren, um den Neustart in Großbritannien voranzutreiben. Die Herzogin von Sussex soll ihr Image im Vereinigten Königreich verbessern wollen und hofft auf mehr positive Publizität in Großbritannien. Da dieser Gedanke für die Mutter von zwei Kindern im Mittelpunkt steht, hat Meghan berichtend zufolge auch jemanden gefunden, der ihr bei der Verwirklichung ihres Wunsches hilft, in Form eines PR-Guru in Großbritannien. Als er von Meghans Hoffnung auf einen Neustart in Großbritannien sprach, forderte ein PR-Experte die 42-Jährige auf, sich auf Frauenrechtsaktivismus zu konzentrieren. Hayley Knight von Be Yellow sagte gegenüber Express.co.uk, wenn ich als PR mit Meghan Markle zusammenarbeiten würde, würde ich mich auf ihren Frauenrechtsaktivismus konzentrieren und mich auf die Erstellung von Inhalten und die Entwicklung ihrer Marke rund um Wellness, Gesundheit und Spiritualität konzentrieren. Das liegt daran, Meghan als Mutter sieht diese Seite nicht besonders, während Familienangelegenheiten aus der Presse herausgehalten werden. Ich habe das Gefühl, dass eine Strategie rund um diese Bereiche ihren Ruf schwächen und Teile der wahren Meghan herausziehen würde. Sie fügte hinzu, ich würde die Marke Meghan fast von der Meghan Royale trennen und ihr zeigen, wer sie ist und was sie abseits der Boulevardzeitungen tut. Eine andere PR-Expertin, Meghan Boyle von der Tal Agency, beschrieb Meghan zuvor als Traum-PR-Kundin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020